Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der UFO-TV News. Heute mit folgenden Themen. Problematische Alien-Doku. Die neue Netflix-Dokumentation über eine Alien-Entführung in Manhattan hat sowohl interne als auch externe Probleme. Kevin Knuth und die UFOs. Der bekannte Physiker und UAP-Forscher spricht Klartext. Citizen Scientists übernehmen. Wie sich die UFO-Forschung rasant in die breite Bevölkerung verlagert. Die Air France, die AUA und das Objekt. Die französische Luftfahrtlinie stellt Flüge aufgrund ungewöhnlicher Sichtungen ein. Die Verkündigung. Ziemlich große News in eigener Sache und ein bisschen Kontext. In den USA wird heute gewählt. Das ist auch für uns nicht ganz unbedeutend und damit meine ich sowohl uns im Sinne von Weltpolitik als auch uns im Sinne von an dem Thema UAP Interessierten. Donald Trump hatte im Wahlkampf mehrfach gesagt, dass er über UFOs Bescheid weiß und nach seiner Wahl Dokumente und Videos freigeben wird. Dieser Kanal hat darüber berichtet, sogar mehrfach. Ob man diesen Aussagen glauben kann, ist allerdings eher fraglich. Kamala Harris hat nichts gesagt, hat aber in ihrem Team Leute, die sich damit beschäftigen. Wer auch immer gewinnt, gut möglich, dass er oder sie tatsächlich zum Disclosure-Präsidenten oder zur Disclosure-Präsidentin werden wird. Denn es tut sich nach wie vor einiges. Wenn man auch aufgrund des Wahlkampfs gerade aus politischen Kreisen in der letzten Zeit nicht ganz so viel gehört hat. Da müssen wir wohl auf die Anhörung am 13. November warten, die von mehreren prominenten Leuten der UFO-Szene bereits ziemlich gehypt wurde. Und inzwischen kann man sich ja dafür mit den neuen großen UFO-Dokumentationen beschäftigen. Zwei wurden bereits gestartet und es folgen ja demnächst weitere. Grundsätzlich unterteile ich die Serien in solche, in denen bereits Bekanntes aufgearbeitet wird und solche, die wirklich Neues bieten. Die Serie Beyond auf MGM Plus gehört eher in die erste Kategorie. Aber da ist sie ganz gut aufgestellt. Sie zeigt Interviews mit Jacques Vallée, genauso wie mit Gary Nolan und vielen anderen, die in diesem Thema wirklich etwas zu sagen haben. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Wenn ich mich dann hier noch näher mit ihr beschäftigen. Tatsächlich Neues erwarte ich mir von der noch in dieser Woche startenden Dokumentation Alien Investigation von George Knapp und natürlich von The Program von James Fox, von der wir allerdings noch immer kein Erscheinungsdatum haben. Bereits draußen und abgeschlossen ist die dreiteilige Netflix-Serie The Manhattan Alien Abduction. Die habe ich schon gesehen und es ist relativ schwierig zu sagen, ob sie in die erste oder in die zweite Kategorie fällt. Aber nach längerem Nachdenken fällt mein Urteil in einer anderen Hinsicht eindeutig aus. Thema verfehlt. Das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht sehenswert ist, aber man sollte sich schon vorher bewusst sein, was einen da erwartet. Wer das nicht hören möchte, es folgt nämlich jetzt massive Spoiler. Bitte vorspulen oder später anschauen. Der Fall von Linda Napolitano, die am 30. November 1989 angeblich aus ihrem Schlafzimmer in Manhattan von einem Alien-Raumschiff entführt wurde, hat damals für Schlagzeilen gesorgt und ist bis heute einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten UFO-Fälle überhaupt. Linda schwebte damals aus ihrem Haus über die Straße und wurde dabei von 23 Zeugen gesehen. Zwei der Zeugen waren offenbar Leibwächter des UNO-Generalsekretärs, der den Vorfall ebenfalls gesehen haben soll. Außerdem gibt es ein Röntgen mit einem Implantat in ihrer Nase. Und später waren noch andere Familienmitglieder von Linda ebenfalls von Entführungen betroffen und sagt noch dazu aus. Allerdings gab es damals schon Zweifel, ob sie das Ganze nicht irgendwie gefakt haben könnte. Um zuerst die Aufmerksamkeit des UFO-Forschers Bud Hopkins und dann die der Öffentlichkeit zu erlangen. Die Frau von Bud Hopkins, die Dokumentarfilmerin Carol Rain, hat das alles damals mitgefilmt. Also nicht die Entführung, aber alle Geschehnisse danach. Außerdem gibt es Tonband-Mitschnitte von Hopkins mit vielen Zeugen. Dazu Medienauftritte und alles mögliche an weiterer Material. Aus dieser Fülle bedient sich auch die Netflix-Doku für ihre dreiteilige Serie. Und macht damit rein gar nichts. Die ganze Serie ist stattdessen hauptsächlich als Dokudrama aufgebaut. Auf der einen Seite Linda, gut gealtert, immer mit einer Zigarette in der Hand, in seltsamer Beleuchtung, dasitzend und über ihre Erlebnisse erzählend. Ihr gegenüber, nicht direkt gegenüber, sondern als virtuelle Gesprächspartnerin Carol, die damals die ganze Untersuchung nach anfänglicher Unterstützung torpediert hatte. Die sitzt ebenfalls in seltsamer Beleuchtung herum. Beide sind ständig emotional aufgewühlt. Dazu kommt noch ein Mitarbeiter von Bud Hopkins vor, der die Geschichte immerhin möglichst objektiv erzählt. Und dazu hunderte Schnipsel aus dem Video- und Audio-Material. Aber all das wird nur dazu benutzt, um einen dramatischen Konflikt zwischen den beiden Frauen aufzubauen. Auf der einen Seite die entführte oder potenzielle Betrügerin, auf der anderen Seite die Skeptikerin und potenzielle Aufdeckerin. Beide legen ihre Argumente vor. Beide werden durch Dokumente und Filmmaterial unterstützt. Aber. Aber die Dokumentation versucht nie etwas zu verifizieren. Carol sagt, Linda hat nicht wirklich hypnotisiert gewirkt. Aber Netflix fragt keinen Hypnose-Therapeuten, ob diese Aussage bestätigt werden kann. Carol sagt, zwei Zeugen sind unglaubwürdig. Aber Netflix forscht nicht nach diesen Zeugen. Oder weiteren. Die meisten leben noch. Nur einer kommt vor. Sehr kurz. Carol sagt, Linda hätte die beiden Leibwächter, die sie bedroht haben sollen, erfunden. Aber Netflix versucht nicht die Personen zu eruieren, von denen eine von Linda auf einem Video identifiziert wurde. Carol sagt, das Röntgenbild könnte gefakt sein, indem man ein Metallstück auf die Nasenseite klebt. Aber Netflix sucht nicht nach der Chirurgin, die bekannt ist und sogar in einem kurzen Telefonat mit Hopkins vorkommt, um das zu widerlegen oder zu bestätigen. Stattdessen sieht man die taffe Linda, der man zutraut, das alles mit eisernem Willen überstanden zu haben, der man aber eventuell auch den einen oder anderen Betrug zutraut. Und Carol, die inzwischen verstorben ist und im Film zitternd über ihr frühkindliches Trauma in einer sektenartigen Gemeinschaft berichtet und über ihren inneren Konflikt, als sie die Arbeit ihres Mannes anzweifelt und dann diskreditiert. Aber nichts wird näher erzählt. Es fehlt die Chronologie, es fehlt die Kommentierung, es fehlt die Bewertung, es fehlen ernsthafte Expertenmeinungen. Es fehlt auch ein ganzer Teil der Geschichte rund um den Generalsekretär der UNO, der nämlich möglicherweise wesentlich tiefer involviert war, als hier präsentiert wird. Alles was man sieht, ist der Psychokampf zwischen zwei Frauen. Und dazu eine leichte Tendenz von Netflix Zeugen, wie etwa den ebenfalls traumatisierten Sohn von Linda, als eher unglaubwürdig darzustellen. Und durch Rückblicke auf eine kurze Showkarriere von Linda zu implizieren, dass sie das Rampenlicht sucht. Ja, es lohnt sich, die Serie anzusehen. Wegen des präsentierten Originalmaterials. Aber ansonsten ist sie einfach gescheitert. Das sieht übrigens auch Linda Napolitano so, die Netflix nun geklagt hat. Sie fühlt sich verraten, manipuliert und falsch dargestellt. Man hätte sie in seltsame Kostüme gesteckt, unvorteilhaft gefilmt und ihr Skripts vorgelegt, die sie ablesen musste, die aber nicht wirklich ihrer Meinung entsprachen. Nun könnte man fragen, wieso sie es trotzdem gemacht hat. Nun, das werden wir vielleicht vor Gericht erfahren. Und das ist eigentlich der verborgene Gewinn der Sache. Denn so ein Gerichtsprozess erregt, wie auch so eine Serie, weiteres Interesse an dem Thema überhaupt. Und es wäre sogar möglich, dass im Zuge eines Gerichtsprozesses der Versuch unternommen wird, Beweise für die Glaubhaftigkeit der Entführungsgeschichte zu präsentieren. Mal sehen, was daraus wird. Zuletzt. Diese Serie ist auf Netflix und damit für viele Leute gut erreichbar. Was war euer Eindruck? Was habt ihr daraus gewonnen? Oder nicht? Schreibt mir eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare. Hier nun jedoch weiter im Text. Dr. Kevin Knuth ist ein bekannter Physiker und einer derjenigen Wissenschaftler, die sich in dem Feld der UFOs in den letzten Jahren stark hervorgetan haben. Wobei sein Hauptaugenmerk mehr auf die Realität von realen fliegenden Objekten und deren physikalischen Eigenschaften gerichtet ist, als auf das Phänomen allgemein. Darüber hat er etwa für die Soul Foundation einen interessanten Vortrag gehalten. Link in der Beschreibung. Außerdem gibt Dr. Knuth immer wieder aufschlussreiche Interviews. Vor kurzem einen sehr kleinen Podcast namens Left Lane. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht auf Details eingehen, sondern einfach das Video insgesamt empfehlen. Denn es ist ganz erfrischend, neben den vielen Berichten über politische Vorgänge rund um das Thema und dem zunehmenden Fokus auf Bewusstsein und paranormale Phänomene wieder einmal einen Physiker zu hören, der seine grundsätzlichen Überlegungen über die Realität realer unbekannter Flugobjekte referiert. Mit Zahlen und Daten und Fakten. Das ist der Hauptteil. Allerdings schreckt Knuth nicht davor zurück, die anderen Aspekte des Themas ebenfalls anzusprechen. So meinte er in einem kurzen Statement, das als Clip auf Twitter geteilt wurde, dass er durchaus immer wieder ernsthafte und glaubwürdige Berichte von angeblichen Entführten hören würde. Und sein Fazit dazu lautet, wenn es tatsächlich so ist, dass Menschen entführt werden, an ihnen experimentiert wird, Samen und Eizellen entnommen werden und sie manchmal offenbar einfach nur an Bord der Schiffe geholt werden, um Hybridbabys im Arm zu halten. Lauter Dinge, die man immer wieder hört. Dann, ja dann wäre es kein großes Wunder, wenn die Regierungen der Welt dieses Wissen vor ihrer Bevölkerung verborgen halten. Vor allem, wenn sie die eigene Bevölkerung nicht davor schützen können. Unabhängig von den fantastisch scheinenden Voraussetzungen eine wirklich klare Aussage. Wenn, dann, wenn es eine größere, dunklere Wahrheit hinter den fliegenden Untertassen gibt, dann wäre das ein weiterer guter Grund für das jahrzehntelange Cover-Up. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das Interview ist nicht lang und, wie gesagt, sehenswert. Link in der Beschreibung. Dieser Kanal berichtet ja in erster Linie über politische und wissenschaftliche Entwicklungen rund um das Phänomen. Und was die Wissenschaft betrifft, zeigt sich dabei folgender langfristiger Trend. Erstens, die Mainstream-Wissenschaft wacht langsam auf. Zweitens, unabhängige Forscher und Forschungsgruppen sind schneller und schon dabei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Etwa das Galileo-Projekt von Professor Avi Löb. Außerdem gibt es drittens eine Bewegung einfach von technisch interessierten Menschen, die nach Möglichkeiten suchen, selbst am Himmel nach eigenartigen Flugobjekten zu forschen. Das reicht von sehr professionellen, wie diese Langzeitstudie von Long Island, bis zu eher hobbymäßigen Versuchen, wie denen vom Herausgeber des mehrsprachigen UFO-Nachrichtenkanals Sentinel News, Baptiste Friscour. Über beides wurde hier schon berichtet. Und dann gibt es noch verschiedene Projekte, die man mehr als Crowdsourcing oder Citizen Science bezeichnen könnte. Also Forschungen, die direkt von der Bevölkerung durchgeführt werden. Über eine davon, einer sogenannten Heatmap, die anhand von Google-Anfragen Sichtungshäufigkeiten von UFOs in Echtzeit darstellt, gab es an dieser Stelle bereits einen Bericht. Dazu gibt es jetzt Neuigkeiten. Denn diese Website gibt es nun auch als App. Und die bietet nicht nur die Möglichkeit, sich die aktuellen und vergangenen Sichtungen anzusehen, sondern auch Layers, also Filter, mit denen man etwa Militärbasen und Orte mit nuklearem Material, also drüberlegen kann. Mit durchaus interessanten Ergebnissen. Link zur Website in der Beschreibung. Eine weitere fantastische Möglichkeit zur persönlichen UFO-Forschung wurde vor kurzem auf der Good Trouble Show von Matt Ford gezeigt. Der Physiker, Techniker und Erfinder Mitch Randall, ebenfalls ein Mitarbeiter beim Galileo-Projekt, hat nämlich eine Möglichkeit präsentiert, jeden normalen PC zu einem passiven Radar für Flugbewegungen am Himmel zu machen. Also natürlich braucht man schon ein wenig technisches Gerät dazu, aber im Wesentlichen wird eine Antenne mit dem PC verbunden, die Software gestartet und sofort erhält man in Echtzeit Informationen über Flugobjekte am Himmel. Nicht ganz mein Fachgebiet, darum möchte ich mich jetzt nicht in die Details vertiefen, lade aber jeden, der sich dafür interessiert, ein, sich das Interview anzusehen. Randall erklärt das alles nicht nur sehr gut, er demonstriert es auch live. Sein Aufbau ist natürlich nicht für jedermann umsetzbar, aber wenn, sagen wir mal, einige tausend Leute im deutschsprachigen Raum solche Dinge auf ihren Dächern installieren würden, bekäme man schon rasch einen ganz guten Überblick. Noch dazu, wenn man sich dann untereinander vernetzt. Natürlich fliegt auch viel Normales herum, das muss man dann aussortieren, nach ungewöhnlichen Flugbewegungen. Aber das kann die Software ebenfalls. Soll heißen. Noch sind wir nicht so weit, aber sollte sich Randalls Idee und Technik verbreiten, wären wir insgesamt einen gehörigen Schritt weiter. Denn eines der Dinge, das von den vermutlichen Gatekeepern am häufigsten verborgen und weggesperrt wird, sind die Radardaten von Sichtungen. Weil im Gegensatz zu Videos und selbst Infrarotaufnahmen, bei denen man dann immer noch behaupten kann, das Objekt wäre näher oder langsamer oder was auch immer, Radardaten eine andere und oft dreidimensionale Sprache sprechen. Ich habe schon oft angemerkt, dass die Geheimhaltung von UFO-Dingen immer schwieriger wird, je mehr Menschen über Internetkanäle wie diesen hier verbunden sind und Informationen am Mainstream vorbei erhalten. Ähnliches gilt für die Technik. Handys mit ihren vielen Funktionen und mächtige Computer in jedem Haushalt könnten bald eine Enthüllung von unten bewirken, die von niemandem da oben kontrolliert werden kann. Vielleicht aktuell noch Zukunftsmusik, aber wir sprechen hier nicht von Jahrzehnten, sondern von Jahren. Und nicht einmal allzu vielen Jahren. Ein etwas ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich in den letzten Tagen im Luftraum zwischen Europa und dem Nahen Osten. Drei Flüge der Air France und wie man inzwischen weiß auch einer der Austrian Airlines drehten kurz vor oder über dem Roten Meer um und kehrten nach Paris bzw. Wien zurück. Die Air France begründete das mit einem seltsamen leuchtenden hellen Objekt, das man über dem Sudan gesichtet hätte. Aus Gründen der Flugsicherheit wurde die Reise nicht fortgesetzt. Nun ist diese Gegend durchaus Kriegsgebiet. Raketen, Drohnen und so weiter sind dort an der Tagesordnung. Allerdings scheint es diesmal etwas anderes gewesen zu sein. Die Air France ließ dazu wissen, die Flüge nach Mauritius, Antananarivo und Nairobi kehrten nach Paris zurück, weil eine der Crews ein leuchtendes Objekt in großer Höhe im Gebiet des Sudans beobachtet hat. Man hat sich aus diesem Grund dazu entschlossen, die Region und das Rote Meer bis auf weiteres nicht mehr zu überfliegen. Die Strecke einiger Flüge wird angepasst, denn die Sicherheit der Kundinnen und Kunden und Besatzungen ist unser oberstes Gebot. Zitiert nach der österreichischen Tageszeitung heute, Link in der Beschreibung. Die Austrian Airlines dagegen teilten mit, der Flug sei aufgrund einer von Eritrea aus unbekannten Gründen nicht erteilten Einfluggenehmigung in deren Luftraum abgebrochen worden. Nun, Frankreich hat ja traditionell einen etwas offeneren Umgang mit dem Phänomen. Siehe deren seit Jahrzehnten bestehendes UFO-Forschungsprogramm der Regierung, GEPAN. Mehr ist zudem allen derzeit nicht bekannt. Auf jeden Fall seltsam. Sollte sich da noch etwas entwickeln, wir werden natürlich darüber berichten. So, das vorletzte Mal hatte ich ja angekündigt, dass ich das letzte Mal etwas ankündigen bzw. enthüllen würde. Das hat sich um eine Woche verschoben. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Manche mögen es vielleicht schon geahnt haben, aber hier in kurzen, klaren Worten. Ich habe ein UFO-Buch geschrieben. Nun fragen sich vielleicht manche, braucht die Welt denn wirklich noch ein UFO-Buch? Und diese Frage habe ich mir natürlich auch selbst gestellt. Die Antwort ist, ich glaube, die Welt oder zumindest der deutschsprachige Raum braucht dieses UFO-Buch. Sein Titel lautet Das UFO-Handbuch. Alles, was Sie über das Phänomen wissen müssen. Und genauso ist es auch gemeint. Auf schlanken 160 Seiten versammle ich hier UFO-Basiswissen für bisher eher mäßig informierte oder auch komplette Neueinsteiger. Wobei vermutlich auch Leute, die sich schon besser auskennen, davon profitieren können. Das liegt an der Dreiteilung des Buches. Der erste Teil richtet sich wirklich hauptsächlich an Neueinsteiger und beantwortet so gut wie möglich die Basisfragen, die sich jeder stellt, der zum ersten Mal mit der Realität des UFO-Phänomens konfrontiert wird. Also, wer sind die Aliens? Woher kommen die Aliens? Was wollen die Aliens? Wieso machen die dauernd Bruchlandungen? Und so weiter. Komplette Einsteigerfragen also. Darum verwende ich in den Überschriften auch den Begriff Alien, obwohl ich den innerhalb der Texte gleich relativiere und auf die verschiedenen Möglichkeiten unserer Besucher hinweise. Der zweite Teil, sehr kurz und knackig gehalten, ist sozusagen das Herzstück des Buches. Denn hier analysiere ich sehr genau, was seit dem New York Times Artikel 2017 alles passiert ist. Also, welche öffentlichen Aussagen von Politikern gab es, welche Regierungsinitiativen, welche Gesetze, welche wissenschaftlichen Fortschritte, welche Whistleblower haben wir kennengelernt. Die letzten sieben Jahre haben das Thema nämlich durchaus weitergebracht als die 70 Jahre davor. Auch wenn manche noch immer sehr ungeduldig auf das Tempo der aktuellen Entwicklungen reagieren. Diese Timeline ist übrigens auch der Kernpunkt der meisten meiner Vorträge. Der dritte und längste Teil schließlich ist ein Lexikon. Ein sehr umfangreiches. Mit allgemeinen Stichworten wie Das Phänomen, UFO, Usos, Hitchhiker-Effekt oder Engelshaar. Außerdem Kurzbiografien der wichtigsten historischen und aktuell handelnden Personen von Louis Lissondo bis Jacques Vallée, von David Grush bis Stephen Greer, von J. Allen Hynek bis Diana Pasalka. Dazu viele Einträge über Institutionen wie Arrow, Chepan, das US-Militär, US-Militärbasen, US-Geheimdienste, aber auch internationale Forschungen und Berichte rund um UFOs. Schließlich auch paranormale Themen wie Remote Viewing, Experiencer, Contact-Deep, Sea-Phänomene sowie philosophische Themen wie ontologischer Schock. Das Lexikon ist aufgrund zahlreicher Verweise sozusagen lesbar. Wenn man sich da durchhangelt, kann man sich sehr rasch einen Überblick über den gesamten Themenbereich verschaffen. Es stellt sozusagen meine konzentrierten Erkenntnisse nach über einem Jahr intensiver Beschäftigung mit der Materie dar. Ein kleines Labyrinth durch die UFO-Wunderwelt für Einsteiger, aber wahrscheinlich auch eine praktische Nachschlagehilfe für Leute, die schon tief in der Materie sind. Denn viele der Einträge lassen sich nicht sehr einfach googeln, ohne sofort auf extreme Skeptikerseiten zu stoßen oder umgekehrt in Rabbit-Holes zu purzeln. Das UFO-Handbuch mit seinem von Jörg Vogeltanz wunderbar gestalteten Titelbild ist ab sofort als E-Book erhältlich. Und Ende der Woche kann man es dann auch als Print-Objekt bestellen. Vorerst handelt es sich nur um eine Print-on-Demand-Ausgabe. Und zwar aus einer ganzen Reihe von guten Gründen, auf die ich jetzt aber nicht im Detail eingehen möchte. Eine Veröffentlichung für den allgemeinen Buchhandel ist jedoch als Option vielleicht noch im Laufe des Jahres 2025 geplant. Mein Buch sieht sich als Ergänzung zu bereits vorhandenen deutschsprachigen Büchern der letzten Zeit. Es ist eben ein Handbuch, ein Einstieg. Etwas, mit dem man sich einen schnellen Überblick verschaffen kann. Wer darüber hinaus mehr wissen will, für den gibt es eine ganze Reihe anderer guter Werke. Etwa das viel dickere und daher inhaltlich umfangreichere Buch »Sie sind hier, das jetzt von Robert Fleischer«. Oder die Bücher über heimische UFO-Sichtungen wie »Deutschlands UFO-Akten« und »Deutschlands historische UFO-Akten« von Andreas Müller. Oder auch »Ufos über Österreich« von Mario Rank. Oder das ebenfalls ausführliche Werk eines anderen Österreichers, wenn auch auf Englisch verfasst, nämlich »Ufos« von Dr. Karl Swotzil. Über fast alle wichtigen Aspekte des Phänomens. Also, wenn man will, hat man viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und jetzt aber eben auch einen niederschwelligen Einstieg. Damit lasse ich's für den Moment gut sein. Wer mag, den Link zur Bestellung der E-Book-Ausgabe findet sich in der Beschreibung. Der Link für die Print-Ausgabe sollte am Sonntag live gehen, dürfte aber mit dem für das E-Book identisch sein. So, Schluss jetzt. Und nach derart viel Eigenwerbung überspringe ich diesmal meine anderen sonstigen Selbstbewerbungen. Aber über ein Like, Kommentare, Abos und Weiterleitungen freue ich mich natürlich schon. In diesem Sinne, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal zur einjährigen Jubiläumsfolge. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020